Mein Name ist Jan Frodeno, ich bin 30 Jahre alt und ich bin Profi-Triathlet. Mein Sport hat mir geholfen, eine Identität zu finden. Es ist etwas, was ich jeden Tag mache. Es ist meine ganz große Leidenschaft und erfüllt mein Leben. Oft gibt es Tage, an denen ich lieber auf der Couch sitzen bleiben würde. Und trotzdem muss ich raus und überwinde mich. Und dann, nach 10, 15 Minuten, finde ich meinen Rhythmus und dann läuft es richtig gut. Am Wettkampftag kommt dann, zumindest im Idealfall, alles zusammen. Denn keiner sieht die schweißtreibenden Stunden an den vielen Trainingstagen vor der Saison. Ich trainiere bis zu 45 Stunden pro Woche. Ich schwimme 11 bis 1200 Kilometer im Jahr, fahre um die 15.000 Kilometer Rad und laufe ca. 5000 Kilometer. Es gibt Tage, an denen du zu fliegen meinst. Aber manchmal hast du das Gefühl, du kämpfst gegen dich selbst. Jede der einzelnen Disziplinen erfordert 100% Hingabe und Einsatz. Und der Großteil meines Trainings läuft auf diese Stunde 45 hinaus. Sport ist einer der wenigen ehrlichen Maßstäbe im Leben. Wenn du gegen deine Gegner antrittst und gegen die Stoppuhr. Manchmal ist der gnadenlos ehrlich, an anderen Tagen absolut fantastisch. Eines der besten Dinge am Sport ist die Intensität und die Vielfalt der Gefühle, die du durchlebst. Triathlet zu sein ist ein derart brutaler Job, dass du wirklich leben musst, was du tust. Sonst kommst du nie an die Spitze. Ob du Profi bist oder Amateur, das Wichtigste ist es nie zu vergessen, dass du es tust, weil du es liebst.